Hey Leute, ich bin Maren und ich habe mal eine Frage an euch. Geht euch dieses ganze Fake-Gehabe in den Social Media und allgemein in unserer Gesellschaft mich auch voll auf die Nerven rufen? Hallo, ich bin's Petra. Ich will endlich mal frei sein, auf eigenen Beinen stehen und der Monotonie des Alltags entgehen. Hey zusammen, ich bin die Maren, eure neue Moderatorin. Ich stelle aus Hamburg und dank meiner Familie habe ich schon früh einen Weg in die Fernsehbranche bekommen. Na, dann können wir beide ja zusammen machen. Du bist das, du, 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 Gott, hat die Glöckchen schon von uns alle, bist bald. Ähm, dann, dann können wir beide ja dann zusammen machen. Was? So, wie du das aus? Was da? Okay, jetzt heim, super, dass ihr da seid, alle. Und wir erklären euch gleich, wo wir uns interessieren. Meine Hobbys sind Theater spielen und lesen und... Wuh! Ich find's richtig nice, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's Maren und ja, willkommen bei der Sundin Creek. Du wolltest jemanden, der dich über die neuesten Trends und Charts informiert? Krass, die Lehrstelle und... Krass, wie Spaß. Und auch weiter, denke ich mir, Junge, das Wort, wenn du das rufst, ja, und... Du, sechs... Eins, zwei, drei! Ja, kommt aus, macht der Kontrabass. So ist das, das was, und das macht sich was. Dann kommt der Polizei, aber so ist das, das. Oh, ich bin's, macht der Kontrabass. Ja, ich bin's, macht der Kontrabass.